ja und willkommen zurück bei ARK wir wollten gerade nachsehen ob wir nicht irgendwie das dach noch an den seiten verlängert bekommen denn das würde besser aussehen finde ich so und wir haben noch besuch in dieser folge von Dark Barriere und Alpha die sind nämlich auch noch fleißig am spielen da wie bekannt aus der letzten folge wir noch im together waren und ich noch ein klein wenig für Single LP aufnehmen wollte so ne da kommen wir nämlich auch so nicht ran mit der Wand hahaha die können wir nicht einfach so in die Luft bauen das heißt wir müssten jetzt hier Wände ranziehen ne dann gebe ich es auch verdammt ne noch eine Variante das musst du ja auch wieder drauf aufsetzen Mist oder ich probiere jetzt so lange aus es ist mir egal ob ich da jetzt ein Mist baue ich stell die hin und demoliere die wieder zur Not und die können wir eh drinnen benutzen die Wand brauchen wir so oder so das ist für drinnen optimal das stört mich schon mal gar nicht die müsste das sein kriegen wir auch so nicht ran ne auch nur mit drauf stellen ne geht einfach nicht schade ok auch cool aus haben wir jetzt zwar unser Holz weggeballert aber das sieht stylisch aus an den Seiten das machen wir hier auch was denn wir haben so ein Teil was wir zur Seite gebaut haben einfach unsere Terrasse herangesetzt achso das ist ja als Sichtschutzwand mäßig so viel besser also wenn wir mal die Zeit haben um das Dach also vom Material her dann werden wir das nochmal angehen das Ärgerliche ist eben halt du brauchst hier noch eine Foundation um da hochzukommen oder beziehungsweise die anderen davon hätten wir noch welche rumfliegen glaube ich so ist es nicht weil dann trotzdem 1 2 Wände zerstören dann hast du das hier unten liegen ne ist das auch alles Mist und um in die Höhe zu kommen brauchst du doch eine Foundation also von daher nein nein so und durch da so hier kommen wir noch ran hoffe ich ne er erzählt uns wir sind dafür auch schon zu lütt ja okay Taubi wir brauchen deine Hilfe hm einmal so damit wir die nicht aus Versehen setzen oder so okay dann laufen wir eben rüber wir lassen den guten Baxter stehen was im Trug ist noch er hat auch noch welche Bären in sich in sich Taubi wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn dahinten der steht dahinten eigentlich mhm haben wir schon entdeckt und dann ein Komma Lutz was wäre was blaues blau wollen wir nicht da hinten flieg ich gar nicht mehr sind hmhmhmhm hmhmhm ja jetzt so was abgefahren ja jawohl Taubi kann jetzt bei uns auf dem Dach landen Perfekt, wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht runterfliegen Weil dann ist Tau wieder oben verloren Nein, Quatsch, wir hätten noch einen Um wieder ranzukommen Ähm Falsch, die wollen wir Genau Okay, wie kriegen wir das hier ran gebaut, das ist jetzt die Frage Ähm Oh Gott Jetzt Langsam, nicht runterfallen Auch gut Na komm Nein 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 Doch, nein Los jetzt Nein Nein Nein, nein, nein 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 Das ist Oh, Nemo Oh, scheiße Alpha ist tot Oh, du hast schon ein Plessio angelegt Zwei Stück sind hier unten aufgetaucht Ah, scheiße Da war er dann zu neugierig Ja Ja Scheiße Scheiße So, können wir jetzt noch Und ich gucken, was ich meine Sachen wieder kriege Das wird bestimmt ein bisschen schwerer jetzt Ja, ja Dann bringen wir Taubi wieder zurück Springen auf Ellie und bauen Inna aus jetzt Das haben wir dann auch nicht Ich schätze, weil das war jetzt nicht gerade Sehr platt, das war Oh 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 Ich muss die Ziele hier zum Reiten Ach so, wir sind wieder zu schwer für Ellie Ne, ja Das kleine Stück Hauptsache, wir müssen nicht rennen Ich glaube, wir müssen mit dem Rennen nicht schneller werden Ich glaube nicht, wir sind ziemlich schwer. Das Schlimme ist, das war das erste Mal, dass ich Pessios auch hier überhaupt gesehen habe. So, dann haben wir es auch geschafft. Okay, hier war eben noch der Dark-Rail. Da steht nämlich sein. Kätzchen? Nein, das war ich. Achso. Ich bin ja hier vorne gestorben. Dann der Alpha. Einer von beiden flitzt hier lang. Ähm, nein. Wir hätten D, genau, und nein! Ich drücke vorher noch E und er baut es falsch rum. Ich glaube es nicht. Zerstöre die Wand. Es kann nicht wahr sein. Wir brauchen Wände. Hm. Wir bauen noch jetzt überlege ich gerade. Zwei davon. Oh, wir brauchen Fiber. Dann müssen wir dann mal an unseren Schrank und zwar und zwar haben wir noch genug Fiber gehabt, nämlich. So, wir hatten jetzt die fertig. Jetzt brauchen wir keine 29. Ich baue erstmal vier. Wenn alles glatt geht, sollten vier reichen. Wenn alles glatt geht, möchte ich natürlich nicht beschreien, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass meine Anzeige backt. Weil dann geht vielleicht ist meine live total unten. Er macht es wieder. Ich glaube es nicht. Jetzt schaue ich mir wenn ich das andersrum mache. Wieder so rum. Er baut immer so rum. Ich kriege die Krise, ey. So kann man auch Material verschwenden. Okay, wir müssen es von außen dran bauen, damit er das macht. Blödes Misting, ey. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Okay, darauf. Denn die brauchen wir nicht mehr. Hier ein hätten wir gerne. Und hier ein. Ja, ist auch so. Wir haben die jetzt auch so von innen. Von da her. Ist das schon ganz okay, was wir da machen? Zwei brauchen wir. Ja, der nimmt gleich wieder voll Kurs auf mich. Oh mein Gott, ich bin gleich wieder tot. Und blöder hi. Ich glaube, meine Sachen kann ich abschreiten. jetzt hier. Nee, äh. Haben wir? Und? ich glaube es nicht. also, boah. Also, boah. Arkt, ne? manchmal wird so ein echt verarschen. Also, süchtig, wie das Game auch manchmal macht, ne? So, verfluchen könnte man es gleichzeitig. Auf jeden Fall. Oh, da sind sogar zwei halt. Verrückt wieder. Ja, damit dachten wir alles neu machen. Ja, genau. Jetzt, ei. Okay, Leute. Es wird sich an Materialien noch drei Stunden lang. Hm. Na gut. Jetzt haben wir noch 700. Also, ne? Wir haben noch ein bisschen, also. Weißt du, was ganz blöd ist? Mein Helm ist nicht. Ah, scheiße. So, jetzt lasse ich das so. Ich habe die Schnauze voll. Äh, das Game ist doch, weiß ich nicht. Schmeiß es in die Tonne, ey. Ist doch ne Verarsche. Leck mich, dann sieht das so kacke aus. Ich fackel den Scheiß da ab, ey. Okay. Das wäre etwas hart. Ansichtssache. Okay. So, ähm. Ich wollte jetzt hier aus Spaß noch ein Dach reinziehen, ne? Wenn wir so Dach bodenmäßig haben. Ähm. Machen wir das Dach aus Hatch oder aus Holz? Wir haben hier Holz genommen. Wir nehmen da auch Holz. Wir bleiben Wir sind ja auch ein bisschen, ne? Ähnlichkeiten noch hier haben. Holz rein. Wir schmeißen mal das ganze Satch da rein. Oder zumindest das Großteil. So. Okay. Crafting. Und da haben wir alle vier. Was fehlt uns dann? Holz. Holz, Holz, Holz. Sehen wir dann doch ein paar, die wir brauchen. So. Und? Nein. Die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Wir wollen die. Nochmal fünf Stück. Ist in Ordnung. Wir sind wieder da. Wimi. 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 Wir haben ja was selbst nämlich gemacht. Mit deinem guten Hunger. Mit dem Ruhr. Da wollen wir doch mal ein bisschen was da reinzimmern. Erstmal wieder auf eine Taste schmeißen. Gucken, dass das wieder ähnlich aussieht. Da geht's schwer los. Ah, ich kenne, naja. Ich sag ja, also, nennen wir immer, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, das Spiel ist mehr für PvP eigentlich ausgelegt, ey. Jetzt haut das überhaupt nicht mehr hin, naja. Wir schauen einfach nie nach oben. Besser ist. Ja, das Bound ist noch fair, ja. Überhaupt nicht ausgereift. Also, na doch, ausgereift schon, aber ins Detail geht's eben halt, ne. Dann kriegt das ganz schnell seine Fehler. Ja. Da will das Spiel dann noch nicht ganz so, wie man's gerne hätte eigentlich. Okay. Ja, so ein schwerer Holz. Und mehr. Aber ist ja noch early weekend, ne. Ist zwar ärgerlich jetzt, aber eigentlich riecht man sich auch umsonst ein. Ich würd' ja nicht schon so viele Aufnahmen haben, wenn das Spiel nicht Spaß machen würde. Das ist es. Genau. So, fünf. Jetzt brauchen wir da eine Luke für eine Leiter, weil die Leiter müssen wir natürlich auch da noch craften. Ähm, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie, glaub ich. Schau. Sieht ganz danach aus. Okay, was fehlt uns denn? Es fehlt uns Holz und Setsch. Ich glaub, wir haben noch ein bisschen. Und dann sind wir auch schon bald wieder, ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da warst du so viel Holzfarm und dann So war's. Einmal ein bisschen Innenausbau betrieben und zack, ist alles wieder weg. Stühle können wir auch mal bauen hier. Freibar brauchen wir. Nehmen wir mal mal raus. Ja, wie war denn das jetzt nochmal? Wie macht man nochmal Benzin? Bei Benzin? Du brauchst Öl und Heid. Ja. Im Re-Shining-Forge. Ja, Benzin muss man auch machen. Ja, da sitzt du wohl ein bisschen weit voraus, denn man merkt, dass ihr nebenbei zockt. Und wir nur fürs Let's Play. Das sieht aus so einem Klingel-Play von damals. So, da haben wir noch die Leiter. Die bauen wir auch. Ich hoffe, wir brauchen zwei. Wenn nicht, dann haben wir eine auf Crash. Ein im Inventar, ist nicht ganz so schlimm. Erstmal hochklammelt. Problem ist ja, wenn wir die Drehbank benutzen, wir müssen einschalten. Ah, so. Und dafür brauchst du Benzin. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob man... Nein, wir machen das nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert. Ich will es auch gar nicht erst ausprobieren. Wir haben genügend Materialien heute verschwendet schon wieder. Und da hin? Ja, perfekt. Als hätten wir abgezählt. So. Habe ich aber gar nicht. Das war mehr als Glück gerade wieder. Nee, ne. Nein. Nicht aufgepasst. Ähm. Jetzt. Ach, verdammt. Gut, wir müssen doch noch eine herstellen. Nicht eine zu viel. Aber naja. Das war meine eigene Schuld. Muss ich dann akzeptieren, was? Verdammt. Hat der Kirby nicht schnell genug gesehen? Okay, jetzt aber. Zack, kommen wir auf den Dachboden. Jaja, haben wir drei Ebenen gemacht. Sehr gut. Plums. So, die Stügel wollte ich hierfür haben. Ich weiß gar nicht, kann man auch einen Tisch bauen? Oh, das ist ja doch. Doch, doch, doch. Stimmt. Fällt mir auch gerade an. Ich glaube, wir können den sogar nämlich schon, den normalen. Funtentable, da ist er doch. Ah, wah, 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 zwölf. Metall. Ich wollte doch nur einen Tisch bauen. Alter. Die Schrauben und die Modern. Ja, genau. Alter, der Ikea-Kram wird auch noch zusammen genagelt. Verdammt nochmal. Ikea, komm und erfülle uns. Mit deinen Waren. Echt, scheiße. Nein, das ist doch jetzt... Ey, jetzt müssen wir losgehen und Metall holen. Verdammt. Dann lassen wir die Stühle erstmal natürlich hier. Das Problem, ich habe keine Lust hochzufliegen und Metall hier unten zu farmen, ist echt der Horror. Äh, wie viel brauchst du denn? Ähm, ich schaue nochmal, was wir haben. Ich glaube, wir haben vier oder so und ich brauche acht, glaube ich. Aber... Äh, der, mit dem du Flint fahren kannst, der kriegt eigentlich immer ganz gut Metall. Okay, dann schnappen wir uns mal den. Eigentlich hatte ich gesagt, ich nehme immer nur meine eigenen, aber... Äh, komm, sonst bräuch ich ewig. Weil natürlich wäre es wahrscheinlich schneller, wenn du hochfliegst und da holst. Ja, okay, dann machen wir es ausnahmsweise. Äh, der Taubel steht hier bei mir. Juh. Bist du bei dir, oder was? Juh. Kannst du von hier mitnehmen. Na, dann steht Ellie vor der Abenteur. Jo, ich muss natürlich so noch ein paar mehr in der Arbeit. Ich muss ja noch meine ganzen Sachen neu machen. So. Ja, ich hatte ja erst wirklich gesagt, ne, wir nehmen immer unsere eigenen Dinos und 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 und, aber wenn du das machst, dann brauchst du ja Ewigkeiten. Oder ich hätte schon 30 Folgen nur tamen müssen. Das macht ja auch kein Spaß. Hm, nein. Vor allem ziemlich langweilig. Auf Dauer. Also, finde ich nicht für die Zuschauer, ich kann das nicht, ne? Ich könnte auch so machen, alle fünf Minuten mal ein Wort sagen und dann wieder zum Rechner kommen, so müßig. Ja, das ist klar. Und nur noch Bär nachschmeißen. Das fehlt aber eigentlich auch noch viel, dass Autolaufen und, äh, irgendwie so was. Ja. Ich finde, ich glaube, es ist etwas anstrengend, auch wenn ich irgendwie irgendwie Hitz-Lino und so, keine Ahnung. So, man vermisst so eine Taste, zack, und dann fliegt das Ding von alleine. Genau. Geht in bestimmten Wo- ... Ja, ja. Sie sind Wo-W geschädigt. Genau, ich wollte gerade, ne? Leicht umschreiben, bevor das W fiel und dann, na gut, jetzt hast du es doch ausgesprochen. Nein, also, es ist eins der besten MMOs immer noch, also, ne? World of Warcraft wäre nicht da, wo es heute ist, wenn es nicht so gut wäre. So, dann holen wir noch ein bisschen Metall-Eisen, hier auch immer. Also. Äh, magst du mir nochmal 17 Kristalle mitbrücken? 17 Kristalle, ja, mach ich. Dankeschön. Wenn ich schon da oben bin, ich sehe ja gerade so viele. Ja, ich brauche halt. Ich habe meine letzten Zielfernrohre euch gegeben. Achso, alles klar. Jetzt brauche ich wieder eins. Das war's. Äh, Zielfernrohre brauche ich. Weil du mir jetzt eins geben willst und sagst das jetzt, wo du eher um die Kristalle fahrst. Ich müsste wahrscheinlich noch ein Torben. Müsstest du mal in meinen beiden Bump-Dinos gucken? Ich hab eigentlich ziemlich viel Krimp-Krams rumliegen. Schau ich mal nach. So, wir nehmen jetzt natürlich so viel Metall mit runter, wie wir mitnehmen können, wenn wir schon hier oben sind. Ich hab so viel Scheiße mal angesammelt. Bisschen Kristall nehmen wir trotzdem mit. Ja, bessere Armbrust kann noch keiner, ne? Ramu, was haben wir? Ich besitze welche, aber... Okay, gut. Wir haben Rah-Maschum gefunden. Was? Ein Rah-Pilz. Ah, ja. Die braucht man für, äh, Mind-Wipe-Tonic, um seine Sets und, äh, Engram-Points zu resetten. Okay. Sind aber auch wirklich klar, die Dinger. Ich glaube, die kannst du mit einem Dino-Ofen-Arm-Pilz. Ich hab die jetzt aus dem Kristall gekriegt, den ein. Also futtern wir den nicht. Den kannst du auch gar nicht essen. Achso. Okay, ich bin so Bung-Pilz. Bestimmt. Wenn ich schüttelte, dann ein. Strike. Okay, wir farmen. Ich kann auch nochmal sicher verzeih auf meinem Archie gucken, weil mit dem ich auch... Nein, der hat nur ein paar Blueprints. Nur ein paar, als nächstes, Archie-Bung. Ja, Keksi hatte ja so viel umgepackt. Jetzt müssen wir ja erstmal zu Tobi. Ich muss ja versuchen. Da-da-da-da-da-da-da. Da ist Lila. Siehst du mal, wie viel Scheiße ich angesammelt hab? Rale, du hast eine Armbrust in Blau? Da klappt sogar eine an mir selbst in Lila. Krass. Oh, wir kommen nicht voran. Hier, hier, eigentlich sind wir nicht losgeflogen. Hätten wir wieder verpasst. Wir haben es nicht. Ja, zwei. Wir haben es reich geschafft. Wir haben es auch irgendwie zwei oder drei grüne Armbrust zu haben. Ja, sehe ich. Wobbel ich dir auch einig will. Ja, dann ruhig. Ja, Taubi. Ja, Taubi. Ganz moin, da hast du uns ein Geschenk hingelegt, ne? So, 119. Hast du durch dein Sterben gestorben, bist du das für ein Boss-Nous-Corp? Und alles neu. Ja, wir haben schon wieder Hunger, verdammt nochmal. Warte, Taubi, das soll doch nicht werden. Hat er mitgebracht? Ne, doch ne. Aber wir haben noch welche. Du? Was? Ich bringe welche mit, ja. Du, super. Hattest du auch mal in die Schmiede reingeguckt? Da lagen eigentlich auch noch welche drinne. Die Schmiede sind... Wir haben noch Bären auf dem Test. Stimmt. Oh, die sind ja noch 30. Ja, macht ja nichts. Das haben wir sowieso gebrauchen. So, hier nehmen wir noch mit. Ich hab tatsächlich einen Scope-Blueprint gekriegt. Jetzt? Ja. Aber nicht irgendwie verbessert oder so, ne? Nein. Achso. Die kannst du sowieso nicht verbessert kriegen. Das ist ja schade. Na, der hält aber lange hier. Geh kaputt. Jawoll. So. Und weiter. Wenn du uns wissen möchtest, meine Pieke ist tatsächlich auch blau. Oh, nicht schlecht. Ne, da haben wir noch. Das sieht immer heiß aus, wie das wegfliegt. Juhu. Ich hab auch einen lila Bogen. Über den ganzen Berg. Also, nein. Das ist nicht glücklich, ne? So. Ich sag ja, wir sammeln noch so viel, wie wir tragen können, wenn wir schon mal hier oben sind. Gerade Metall. Das ist natürlich das Schönste, was du haben kannst, ist, wenn du Mastercraft kriegst. Höchste Seltenheitsstufe. Hm? Mastercraft, höchste Seltenheitsstufe. Das ist das Beste, was du kriegen kannst. Okay. Los, gib uns mehr von. So, wir können jetzt noch rennen. Also, das heißt, wir bewegen uns jetzt schon zu Taubi und nimm den mal ein Stück mit hoch. Wieder voll ausgemustet. Taubi, wir haben noch mehr für dich. Wie sieht's aus bei dir? Ja, das läuft noch. Wir können da ja noch ein bisschen was in deinen Skill reinstecken. Wenn wir sehen, dass du schon wieder Level Up hattest, dann kannst du noch ein bisschen mehr mit runter tragen. Bringt ja auch so viel. Wenn die ja so viele Punkte kriegen. Ja, es bringt zwar nichts, aber... Ich glaube, im Gesicht bringt das doch noch was, oder? Ja klar, es bringt immer ein bisschen was. Und wenn die ein mehr tragen können, also... Aber ausgewechselt werden müssen sie trotzdem, klar. Ja, ich meine nur, weil eben der Zuwachs so niedlich ist momentan. Da wird sich alles wieder ändern. Dafür werden sie einmal ausgetauscht. Darum wird sich dann auch demnächst gekümmert. So, wir nehmen noch ein bisschen Kristall mit. Wir haben hier mega viel gerade, nämlich. Da kann ich ja gar nicht nein sagen zu. So fast. Wie viel Kristall hier oben ist gerade. Toll, der hat noch einen Stein gegeben. Ist so eine Wahrscheinlichkeit. Und wir haben Level Up. Wir sind Level 45. Nice. Danke, danke. Ja, ich sag so. 20 Level noch und dann kannst du Trank Munition für dein Gewehr. Oh, das dauert noch ein bisschen. So, wir können jetzt aber schon wieder neue Sachen. Wir gucken mal. Okay, hier haben wir Tatsache jetzt die Flake Rüstung. Ja. Die ist super. Zwei Teile können wir davon schon mal herstellen. Dann lernen wir die schon mal. Wie weißt du, Trank Munition für die Flake Rüstung? Black. Ist das die Detail Rüstung? Mhm. Achso, ja. Also die Schuhe... Die Schuhe haben wir da drinnen momentan. Grillen, Wokki, GPS, alter, was du jetzt alles kannst. GPS habe ich Blueprint drinnen. Ja, da ist eine Drehbank, die nehmen wir. Ja, die ist für das Gewehr, glaube ich, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe auch welche liegen, die sind für mich für das Gewehr. Und jetzt ist das doch. Oh, das ist doch. Ja, ich habe zum Beispiel auch Laser-Fetchment und solche Schoten. Ich habe so einen höhenroten Punkt, wenn ich will. Okay. GPS, wofür brauchen wir GPS? GPS hier ist also riesig, ist die Karte jetzt auch nicht. Aber dann siehst du es besser, oder? Ja. Außerdem siehst du damit, in welche Himmelsrichtung du gerade fliegst. Ah, okay. Dann lernen wir den doch. Okay, wir haben nur noch neun Punkte. Jetzt ist es eh vorbei. Deswegen sage ich ja, immer schön die Punkte aufsparen. Denn dann kommt mal so ein Level ab und dann verballerst du die Punkte bis sonst wo hin. Oh, ja. Ich habe auch gerade zwei Parachutes. Ballschwimmer. Hm. So, jetzt hauen wir hier noch ein bisschen Metall ab. So, wir haben auch erstmal genug. Wir fliegen erstmal runter. Sonst haben wir hier wirklich bald nur ne Farbenfolge draus gemacht. Das muss ja nun auch nicht sein. Und runter geht's. Wir wollen noch ein bisschen was wegschaffen hier zumindestens. Ne? Zumindest ist ja das, was wir vorhatten. Was hatten wir jetzt vor eigentlich? Moment, was hatten wir denn? Es ist kalt. Das ist nicht schlimm. Ungefähr noch so ein Fingerbreit fett bei meinem Mammut. Was hatten wir denn vor, verdammt nochmal? Ach, Tisch wollten wir bauen. Ein Tisch. Genau. Ein Dachverrücksel ist ein Teil. Oh. Mein. Gott. Ne, ein Dach. So, ich würde sagen, wir machen so auf einer zweiten Ebene, habe ich mir schon überlegt, wie wir das Haus weiter ausbauen. Ganz oben auf dem Dachboden kommt unser Bett. Punkt. Warum? Weil wir dann eben halt in der zweiten Ebene so mit dem Schmelzer und sowas noch inklatschen. Ja, wir brauchen noch eine Menge Platz. Wann ich eigentlich mal was Tolles erzählen? Was denn? Hattel Mining Helm als Blueprint. Ja, cool. Was ist denn? Hattel Mining Helm. Das ist der mit der Lampe. Ach so, dir. Ja, was wird der für eigentlich gebraucht, dieses scheiß, äh, Lila. Dafür brauchst du Electronic Circuits. Also die Platinen brauchst du, du brauchst Metall, du brauchst Polymor, Kristall, Heid und Fiber. Das ist eine Menge. Für Electronics brauchst du Eisen und, äh, die Perlen. Und für Polymor brauchst du, entweder musst du Penguine töten, um Organischen zu kriegen, oder du musst, äh, Obsidian und Cementing Paste mischen. Okay. Und Obsidian ist schwer. Sehr schwer. Also ich bringe gleich mal die Kristalle in die Together Base, natürlich. Und wieder neue... Und wieder neue... Neuen Wasser-Dinoprägen. Und ein vernünftigen. Nicht so eigentlich, jetzt hat's gut. Hol dir ein Igby. Wie was? Ein Delfin. So, da haben wir noch. What? Nee, um die Schnelligkeit ging's grad gar nicht. Er war nur einfach zu low-level, ne? Ja. Aber wir bedenken, der war aber total. 22, 23 oder so. Und außerdem dadurch, dass dann die Steps ja auch noch gesquischt waren. Das ist es. Und wenn die dann angreifen, ist klar, dass der keine Chance hat. Naja, so hast du ihn ja schon geopfert. Für den nächsten neuen. Ja. Leider, ich muss den Sattel dran machen. Ja, ich wollt grad sein. Schade um den Sattel. So, 25 Kristalle haben wir. Na, droppen ganz schön schlecht, die Mistdinger da oben. So, hab ihn. Ach, verdammt. Ich hab's jetzt in Taubi gelassen. Taubi. So, rein damit. Und weg. Jetzt gehen wir unser Tischchen bauen. Elli? Den hab ich Elli da noch gesehen. Elli da. Ach, du hast das Metall auch in die Schmälte geteilt? Nein, noch nicht. Ach so. Mein Kleid. So, ich brauch erstmal Roh. Ich seh gar nichts. Wird Zeit, dass Licht hier reinkommt in die Budi. Geht der denn auch gut? Oh, gerade eben. Das ist ein Schmälte. Das ist so einer, den wir haben wollen. Da hinten. Da oben. Am Himmel. Da, da, da. Komm her. Ich fütter dich auf. Und so einen kleinen Hausaffen will ich demnächst haben. Hm? Und so einen kleinen Affen will ich demnächst haben. So ein Hausäfchen. Ich finde viel Spaß beim Teilen. Das ist nämlich schwierig. Ja, klar. Aber irgendwann, ne? Ja, klar. Das ist eine Herausforderung, wenn es schwierig ist. Ja, eben. Ja, dann verliert jeder. Wie weit ist der Dackel? So. Ungefähr so ein Stiftdick sehe ich noch. Okay. Das sind ungefähr so... anderthalb Zentimeter. Okay, wir bauen jetzt unser Tisch hin. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Holz. Ich glaube, Setsch war es und Fireball. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schmeiß beides einfach mal rein. Vielleicht wird er da. Meistens benötigt. Nein, es war einfach nur Holz. Okay. Da hast du 100. Die können raus. So, da haben wir jetzt unseren Tisch. Das ist wieder weg. Die Stühle haben wir hier. So. Kommt hier rein. So wie es aussieht, wird er auch mit Level 74 austeilen. Ja, nicht schlecht. Ich bin hier. Baby. Baby. Danke. Gott, ich habe mich ein bisschen überfressen. Okay, so. Ich habe gerade sechs Scheiben Toast gegessen. Oh, ein ganzes Paket, wo es drauf war. Tadda, Tadda. Notiz an mich selbst nicht nochmal machen. Die Notiz wird sowieso vergessen. So, ein bisschen schräg extra, damit wir so, ne? Zack. Okay, irgendwie sitzen wir dann auf dem Tisch. Aber naja. Weil wir die ein bisschen nah herangestellt haben. Ja. Egal. Soll ja nur, ne? Heimelig aussehen. So, das haben wir dann auch. Genau. Dann kommt hier noch so ein Kochteil hin. Und vielleicht über den Ofen. Schauen wir hier, ne? Den Kamin. So, wir können uns noch ein Bett craften. Bin ich jetzt ganz stark dafür. Damit wir das bei uns auch endlich mal haben. Ein Bettchen, ein Bettchen. Haben wir da. Wir brauchen Holz. Haben wir alles da. Haben wir alles da. Holz. Sedge. Fiber. Und... Hi. Was ist denn da, der jetzt verloren hat, ärgert mich doch schon ganz schön. Echt, echt, echt? Klar. Ich muss schon... Ich brauch 75 Mal diese scheiß Cementing Paste. Oh, Herr. Hab ich ja... Das kommt, glaube ich, um die 200. So. Ich hab schon wieder irgendeine Taste erwischt. Ich dich nicht erwischen sollte. Naja, gut. Deswegen lädt mein Rechner gerade ein wenig. Braucht der Megalodon-Sattel wirklich? Cementing Paste schon. Ja. Boah. So. Ich hab das erst beim, äh... Beino-Sattel gesehen. Unser Bett mal oben hin. Der braucht das auch schon. So, das schauen wir genau hier hin. Wir müssen sowieso demnächst mal einen Trip ins Eisgebiet machen. Für Öl und Perlen. Perlen müssten nicht. Also Öl und so kriegst... Das kriegst du ja alles am besten in der Unterwasserwelt. Nee. Schneegebiet ist es oberflächlich. Ja, unter Wasser kriegst du keiniges abbauen. Öl und so. Also Öl auf jeden Fall. Kannst du auch über Land im Schneegebiet. Zack. Das ist auch Land. Dann gehst du halt da hin. Ich geh da hin. So. Und wir schauen, dass wir noch was craften. Ähm... Den hier wollte ich gerne hier reinstellen wahrscheinlich. Oder den stellen wir oben bei uns hin und... Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ähm... Den hier unten. Stone, Fiber, Fiend. Haben wir auch noch alles. Können wir eigentlich auch mal schnell noch hinstellen. Was sieht so aus? Fiber. Steine. Und Holz, glaube ich. So. Ach, Sedge anstatt Flender. Anstatt Fiber. Nein. Ähm. Sorry dafür. Ich war gerade mal ganz kurz auf dem Desktop. Also. Ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Aufnahme. War mir jetzt auch noch meinen Scheißschrank. Verdammt. Geboxt. Nein. Wie krieg ich dich repariert? Ähm. Das dauert ein bisschen, kannst du nicht sofort. Ach so, okay. Ähm. Keine Ahnung, ich habe Escape gedrückt und dann ist er rausgesprungen. Hm? Okay. So. Ja, wir sind zu schwer. Ist ja in Ordnung. Wir wollen ja nur noch schnell was fertig machen. Ja, ich habe gleich meinen Armut. Mach Mut. So. Den können wir jetzt auch noch schnell hin platzieren. Er wird kein Billo sein. Das ärgert hier schon ein bisschen rum. Okay. Aber wir kommen noch dran vorbei. Das ist die Hauptsache. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir hier noch unsere Kochstelle. Da haben wir den. So leicht küchenmäßig hier jetzt. Mach doch was her. Hauen wir noch einen Schrank hier hin und dann einen Kühlschrank irgendwo. Ja, irgendwo ist auch so viel Platz. So ein Mist. Nehmen wir das Feuer vielleicht weg und machen das woanders hin. Weil den bauen wir sowieso erst demnächst. Ich glaube, dafür haben wir gar nichts da. Ach doch, wir brauchen nur Steine. Okay, dann holen wir uns noch Steine raus. Steine, 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 Steine. Steine, Steine. Wollen wir? Ja, wir bauen jetzt einen Kühlschrank. Okay, dann haben wir den auch noch. So. Der passt auch noch hier hin. Ich glaub's aber nicht. So. Ein, zwei Bissen. Ja, super. Okay. Dann haben wir eine neue Küche. Wir haben unser Bett stehen. Wir haben den Innenausbau soweit vorangetrieben, wie wir es konnten. Wir haben einen Tisch. Ich glaub's nicht. Wir haben so einiges. Wir haben eine Kochstelle. Wir haben ein Dach. Oh man. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bye, Ark. Und bis dahin. Euer Kirby Kabane. Ciao. 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 Ciao.